In diesem Video geht es um die besten Reithelme. Der Qualitätssieger in unserem Reithelm-Test geht an den Ubex Unisex Reithelm. Der Inmut-Helm überzeugt durch seine leichte Helmkonstruktion, die gleichzeitig höchste Schlagfestigkeit garantiert. Das Schutzmaterial EPS wird dabei direkt in die Polycarbonat-Schale eingeschäumt. Für eine untrennbare Fusion der Helmschalen. Mit dem Ubex IAS-System lassen sich Helme in ihrer Weite verstellen. Die Erweiterung auf das Ubex IAS-3D-System ermöglicht eine zusätzliche Anpassung an die individuelle Kopfhöhe. Optimaler Sitz garantiert. Passt auf Knopfdruck. Der Komfortverschluss Ubex Monomatisch lässt sich problemlos mit einer Hand öffnen und schließen. Zusätzlich bietet Monomatisch durch die Einrastfunktion die Möglichkeit, den Verschlusskinder leicht zu justieren. Das Fast Adaptive System Gurtband lässt sich leicht und stufenlos exakt an die eigene Kopfform anpassen. So bleibt der Helm in allen Situationen fest auf dem Kopf und das Gurtband immer in der optimalen Postition. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Kasko-Reithelm. Mit Einhorn professioneller Schutz für Kinder und Kleinkinder. Extreme Sicherheit durch die patentierte Monokopbebauweise und erweiterten Nackenschutz. Durch die Vorbereitung zur Anbringung des Kasko-Helmblinklichter kann die Sicherheitsausstattung individuell erweitert werden. Die patentierte Beriehmung bietet optimale Einstellmöglichkeit ohne die Gefahr des Einquetschens von Haut beim Anlegen. Mit niedlichem Einhornmotiv. Speziell für Kinder und Kleinkinder. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Reithelm-Test ist der Horze Triton Reithelm. Horze ist stolz darauf, einen neuen, gut sitzenden Reithelm zu präsentieren. Er ist in vier verstellbaren Größen erhältlich. Die Befestigungsriemen sind von einem komfortablen Mikrofasergewebe umgeben. Die äußere Schicht ist ebenfalls mit Mikrofaser überzogen, was einen klassischen und sauberen Look verleiht. Der Helm hat eine ABS-Schicht und weißen Eps-Schaumstoff, zudem ein herausnehmbares, belüftbares Futter. Ton-in-Ton-Belüftungsschlitze vorne und hinten sorgen für mehr Atmungsaktivität und Komfort und machen diesen leichten und dennoch robusten Helm zu einem Must-Have für jeden Reiter. CE 1384 mit VB1 Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.